Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit. Der Monat März ist um. Wir steigen in den April ein. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Monats-Update. Als allererstes kurzen Realtalk. Der eine oder andere hat es gesehen oder vielleicht auch nicht gesehen unter dem letzten Video. Es war ein Video, meine Top 5, seltener Cabrios mit Wertsteuerungspotenzial, waren die Kommentare nicht ganz so rosig. Normalerweise sollte mir das komplett am Hindern vorbeigehen. Es ist aber nicht so, weil hingegen vieler Kommentare es tatsächlich so ist, dass ich wirklich alle Kommentare lese, auch auf viele Kommentare antworte, auch auf Instagram wirklich auf viele Nachrichten antworte. Aber in dem Fall würde ich einfach gerne kurz was dazu sagen, weil es auch für mein Team ein bisschen unfair ist. Weil ich kann euch sagen, diese Videoreihe, der eine oder andere von euch hat diese Videos vielleicht bisher noch gar nicht gesehen. Es geht bei diesen Videos um folgendes. Ich sitze vor einem Greenscreen. Das heißt, wir können hinter mir einblenden, was wir wollen und quatschen einfach ein bisschen über Autos. Bisher war es so, es ist erst das dritte Video. Dritte Video, dass ich mir einfach drei Inhalte ausgedacht habe. Powerkombis, Autos mit Tuningpotenzial und dieses mal passend zum Sommer. Einfach Cabrios mit Wertsteigerungspotenzial. Jetzt muss ich natürlich dabei als allererstes ein wenig skalieren. Welche Autos machen da Sinn und welche machen keinen Sinn, weil natürlich bei seltenen Cabrios kann man sich jetzt irgendwelche Cabrios suchen, wo es 1, 2, 3, 5, 10 Stück von gibt. Das war aber nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich habe wirklich recherchiert und habe mir wirklich überlegt, wir nehmen Cabrios, wo es so um die 2000 Stück von gab, dass die für jedermann erschwinglich sind. Der ein oder andere legt mir natürlich diese Aussage für jedermann erschwinglich gleich wieder, legt diese Aussage gleich wieder auf die Goldwaage. Man muss einfach auch irgendwo, ja ihr kennt es aus dem normalen Leben, man muss einfach auch irgendwann mal dann einfach machen. So und genauso muss ich mir natürlich ein Preissegment überlegen, in welchem Segment wir uns jetzt hier Autos angucken. Wenn wir die Big Five von Ferrari vorstellen, dann weiß ich, dass das nicht für jedermann erschwinglich ist, auch für mich nicht erschwinglich ist und auch für die meisten anderen YouTuber nicht erschwinglich ist. Aber ich denke, ich weiß, dass meine Fanbase, meine Zuschauer sind meistens männlich und zwischen 35 und 45 Jahre alt. Und ich finde zwischen 35 und 40 kann ich schon sagen, dass ein Auto für 35.000 Euro für jedermann erschwinglich ist. Klar, 35.000 Euro, immer noch viel Geld, aber wenn jeder von euch mal ehrlich ist, was an allen Ecken an Geld ausgegeben wird, glaube ich, liege ich einfach mit dieser Aussage hingegen den Kommentaren gar nicht so falsch. Das erstmal vorweg. Also da muss man einfach so ein bisschen mal auch sich in meine Lage versetzen und ich muss da jetzt irgendwas ja sagen. Nehme ich unter 5000 Euro, dann sind es logischerweise immer die günstigsten Autos im Internet. Steht da eine Million im Titel, heißt es wieder, ist es viel zu teuer. Deswegen finde ich eigentlich, dass wir eine gute Mischung gefunden haben. So, jetzt zu dem eigentlichen Punkt, bevor ich wieder zu viel erzähle. Ganz viele von euch sehen diese Videos als Lückenfüller und einfach nur als Videos zwischendurch, was wirklich kompletter Quatsch ist, weil ich kann euch sagen, diese Videos sind für mich und mein Team deutlich mehr Aufwand als alle anderen Videos, die wir haben. Wir müssen recherchieren, wir müssen raussuchen, Screenshots machen, Desktop-Videos machen, am Ende jegliche Einblendung hinter mir. Das muss alles geschnitten werden. Das heißt, der Schnittaufwand für ein Video sind schnell mal zwei, drei Tage, wo wir bei anderen Videos vielleicht zwei, drei Stunden brauchen. Also es ist wirklich nicht so, dass wir diese Videos bringen, damit ein Video da ist. Das finde ich dann auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man diesen Aufwand kaputt redet. Also ich habe da vollstes Verständnis für, dass einen das Thema einfach nicht interessiert oder man sich das einfach nicht anguckt. Ich gucke mir andere Dinge auch nicht an. Aber ich würde da niemals auf die Idee kommen, jetzt einfach zu behaupten, dass der eine oder der andere das nur macht für YouTube. Das ist halt bis heute einfach, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich zu sagen soll. Es ist halt in dem Fall natürlich in sowas immer ein bisschen enttäuschend, weil ich habe euch auch schon mehrfach gesagt, wenn ich mit diesem Kanal maximal viele Aufrufe machen wollen würde, dann würde ich einfach jede Schraube an jeder Limo 8000 Mal von links nach rechts drehen und würde drei Limo-Videos die Woche raushauen. Will ich aber nicht, weil ich finde es gerade geil, in welche Richtung sich das entwickelt. Viele von euch sagen, es entwickelt sich in die falsche Richtung. Das sehe ich nicht so. Ich finde es definitiv cool, dass man viel, viel breiter aufgestellt ist. Da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt. Thema Firmenvorstellungen. Ganz viele von euch denken immer, das sind irgendwelche bezahlten Firmenvorstellungen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Nein, ich habe noch nie Geld dafür bekommen, irgendeine Firma oder irgendein Autohaus oder eine Sammlung vorzustellen. Also ich fühle mich eher geehrt, dass ich die Möglichkeit bekomme, sowas überhaupt vorzustellen und deswegen mache ich dort diese Videos. Natürlich auf der einen Seite, um guten YouTube Content zu liefern, aber das ist halt einfach Win-Win für beide Seiten. Ich stelle diese Firmen maximal sympathisch vor, auch maximal interessant, was manchmal für einen extern einfacher ist, als wenn man sich selber vorstellen müsste. Ich zum Beispiel würde auch Schwierigkeiten haben, meine eigene Firma vorzustellen. Wenn jetzt jemand wie Jean-Pierre herkommt und meine Firma vorstellt, fällt einem das natürlich einfach immer einfacher und das ist einfach auch sympathischer. Und da wollte ich einfach nur sagen, vielleicht war es ein Fehler, dass ich diese ganzen Videos auf diesem YouTube Channel bringe. Vielleicht hätte ich einen Zweichannel dafür machen müssen. Aber eine Sache ist Fakt, ich habe euch jetzt ja schon mehrfach gesagt, aktuell ist es mir einfach nicht möglich, an diesen Autos mit dem Pensum wie früher zu schrauben, weil mir einfach die Schraubermöglichkeiten fehlen. Das wisst ihr ja auch, ihr seht es ja auch. Und ich habe darum ein bisschen Geduld gebeten. Ich weiß auch, 99 Prozent vom harten Kern, die steht 100 Prozent hinter mir. Die findet das geil. Die sagt sich dann halt einfach, wenn sie ein Video nicht interessiert, dann gucken sie es einfach nicht. Bin ich auch 0,0 böse drum. Finde ich auch cool, dass die Leute es halt eben auch nicht gucken, sondern nur das gucken, was sie interessiert. Das zeigt auch ein bisschen, dass die Leute wirklich mit Interesse dabei sind und nicht einfach nur das Video gucken, weil es ein PK-Video ist. Das muss ich jetzt angucken. Aber zum Thema Limo und Abarth ist es halt schon so oder auch Marius Golf. Natürlich geht es da weiter und natürlich werden die Autos auch fahren. Und natürlich ist es aktuell so, dass ich nicht nur zu Hause oder hier am Schreibtisch sitze und Däumchen drehe, sondern ich habe euch ja gesagt, es gibt heilentechnisch jetzt einen Fortschritt, so nenne ich ihn mal. Das wird auch im April jetzt wieder losgehen. Aber an der Stelle, dafür sind die Monats-Updates-Videos auch da, ja, dass diese Top-3-Videos als Lückenfuller bezeichnet werden, das kann ich einfach so nicht weitergeben. Und dann muss ich auch mein Team in dem Fall verteidigen, was wirklich viel Aufwand in diese Videos steckt. Mit Sicherheit gefällt es dem einen oder anderen nicht, weil es schnitttechnisch vielleicht was Neues ist und nicht so das Alteingesessene ist. Wir haben es damals gehabt. Die E46-Videoreihe bin ich bis heute übelst stolz drauf. Jeder dritte Kommentar eher bleibt beim alten Stil, filmt so wie früher. Aber die Reihe war erfolgreich. Meine Top-3-Tuning-Buden unter 5.000 Euro, 150.000 Aufrufe, was so ziemlich Kanal-Durchschnitt bei mir ist. Das nächste Video, ich habe euch gesagt, wir machen nur ein Video im Monat davon und da halte ich mich auch dran. Das nächste Video war meine Top-3-Power-Kombis, 122.000 Aufrufe. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Videos irgendwie nicht performen. Und wie gesagt, jetzt entschulde ich mich schon dafür, sorry, dass ich in letzter Zeit relativ viele wirklich geile Firmen vorgestellt habe. Es war halt nun mal einfach so, ich habe genau jetzt vielleicht auch einfach, weil es Winter war und diese Firmen auch ein bisschen mehr Zeit haben, die Möglichkeit gehabt, solche krassen Sammlungen und Firmen vorzustellen. Und deswegen fand ich einfach, dass dieser Content definitiv passend zu mir ist. Das ist das Wichtigste. Wenn ich euch jetzt morgen irgendwie, keine Ahnung, mit in den Urlaub nehmen würde oder in der Türkei fahren würde, Milliare machen würde, was ja aktuell auch generell bei allen YouTubern scheinbar ein Trend ist, würde ich es vollkommen verstehen. Wäre ich vollkommen bei euch, hat hier nichts zu suchen, ist ganz was anderes machen, einen neuen Channel auf, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch wirklich interessant, wenn ihr euch diese, ihr könnt euch ja das letzte Video mal angucken, auch dass ich dort jetzt einen Partner in dem Video mit eingebaut habe. Das gehört doch auch zu jedem YouTuber dazu. Weil jeder weiß, dass die YouTube-Einnahmen jetzt nicht ultra krass sind. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, hier und da nochmal einen Partner mit ins Video reinzuziehen, dann finde ich das auch nicht verwerflich. Aber guckt euch das Video wirklich mal im Teil an. 18 Minuten lang. Und wenn ihr danach sagt, ihr habt wirklich nichts gelernt, das war langweilig und doof. So what? Alles gut. Es zwingt euch keiner. Ich persönlich gehe aber bei jedem Video immer ran, dass wenn ich nach dem Video, also nach dem Dreh merke, dass ich dabei etwas gelernt habe, dann bin ich der Meinung, dann kann ich euch das auch so zeigen, weil ich weiß, der eine oder andere von euch interessiert es auch. Weil ich habe auch übelst viel Zuspruch bekommen, wie cool diese Videoreihe ist, weil es eben natürlich ein bisschen ähnlich wie TV, TikTok oder irgendwelche anderen Kanäle sind, aber halt eben von mir. Und ich denke schon, dass ja jeder so seinen eigenen Stil und auch seine eigene Meinung und sein eigenes Interesse reinbringt. Und diese letzten fünf Autos, die ich da gewählt habe, ich fand es definitiv gut. Wir werden natürlich diese Videoreihe weiterführen. Der eine oder andere hat ja auch gesagt, ist ja das gleiche wie mit dem Technikon. Waren zu wenig Aufrufe, wird bald eh wieder aussterben? Nein, ist auch nicht korrekt. Bei dem Technikon ist es folgendermaßen, derjenige jetzt nicht gesehen hat, Buchstaben von A bis Z, zu jedem Buchstaben eine technische Erklärung. Da war es halt einfach so, dass die ganzen Buchstaben mittlerweile raus sind. Wir haben jetzt noch offene Buchstaben, wo ich persönlich einfach keine guten Begriffe für wüsste. Ihr könnt ja gerne mal zu den fehlenden Begriffen, zu den fehlenden Buchstaben I, J, M, N, da habe ich N wie Nockenwelle stehen. Würde ich gerne noch mal machen. Würde ich allerdings dann bei Debilers machen. R, T wie Torolader. Wird ein geiles Video. Dafür muss ich allerdings einmal nach München reisen. X, Y, Z. W, V und L. Die Buchstaben sind noch offen. Wenn ihr da geile Themen zu habt, liebt gerne. Ich mache es sofort. Ich habe auch wirklich kein Problem damit, wenn ein Video nur 30.000 oder 50.000 Aufruhr habe, weil da sind wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Wenn ich der Meinung bin, am Ende des Videos beim Dreh, ich habe was gelernt, dann kann ich das vertreten, dann wird das cool, dann wird das geil. So, ja. Soviel erstmal dazu. Das soll jetzt auch wirklich kein Brummgehäule oder Rumkotzerei sein oder wie auch immer. Ich denke, ihr seht, ich habe gute Laune, ich bin gut drauf. Geht einfach nur rein darum. Ich wollte euch einfach nur mal meine Meinung dazu sagen, weil ich denke, jetzt nach fünf Jahren kann ich euch meine Meinung auch dazu mal sagen und kann euch auch einfach mal zeigen, dass es eben auch Aufwand ist, so ein Video zu machen. Ihr könnt euch sicher sein, wenn es Aufwand ist, so ein Video zu machen, dann hat das auch schon einen Grund, warum wir das machen. Und wie gesagt, wartet mal ab, was da noch so kommt. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Denjenigen, der es nicht juckt, ist überhaupt kein Problem. Einfach wegklicken. Aber es gibt halt auch nur mal viele Leute, die eben nicht so krass der Hardcore-Schrauber sind, dass sie es feiern, wie wir zum 8000. Mal irgendwie was rausflexen, verzinnen und so weiter. Ich bin auch wirklich stolz darauf, das sage ich auch jedem immer, dass ich eine Community habe, der ich das zeigen kann überhaupt. Also, dass ihr überhaupt so krass technisch daran interessiert seid, diese technischen Sachen zu sehen, auch mehrere Male hintereinander. Aber genauso auf der anderen Seite gibt es natürlich auch jeden Morgen neue YouTuber, also nicht YouTuber, sondern neue Zuschauer auf YouTube, die vielleicht halt wirklich gerade dieses Jahr ein Cabrio gesucht haben. Weil ich habe wirklich drei, vier, fünf Nachrichten bekommen, wie, alter Philipp, das wusste ich gar nicht. RS4 B7 Cabrio, dass es das überhaupt gab, kannte ich gar nicht. Genauso gab es viele, die meinten, CLK 63 ist für die wirklich absolut geiles Auto. Träumen sie alle schon immer von ein, zwei Leute, selbst Marius, haben mich angeschrieben und meinten, Alter, wie geil ist denn dieser Smart bitte? Also, geben und nehmen. Ich verstehe es, wenn es irgendwann zu in die eine Richtung geht, aber ich finde definitiv, wir sind da auf einem guten Weg. So, ihr seht auch, meine Laune ist auch eigentlich hervorragend. Daran ändert sich jetzt auch nichts, weil ich ja schon sagte, Monatsupdate, eine positive Sache definitiv, Thema Halle wird bombastisch, kann ich so schon sagen. Jeder, der bisher drin war, findet es abnormal geil. Ihr wisst, dass da eine Räumungsklage läuft, lief, wie auch immer. Fakt ist, natürlich wird dort alles als Material benutzt, was ich bei YouTube online stelle. Das weiß ich auch vorher. Deswegen muss ich an dieser Stelle ein bisschen bedachter sein und kann nicht allzu viel sagen und muss ein bisschen aufpassen. Aber ihr wisst, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ihr werdet es mitbekommen. Ihr werdet es sehen. Es wird auf jeden Fall gut. Ne, es wird wirklich, es wird richtig gut. Es ist wirklich, muss ich sagen, wir haben da jetzt nochmal vier bis sechs Wochen Arbeit reingesteckt. Es wird geil. Es wird richtig gut. Also bin ich auch jetzt schon stolz drauf, weil es dann jetzt doch relativ schnell ging mit einer Hallenlösung. Und lasst euch mal überraschen, was im April so kommt. Immer im Hinterkopf. Ich werde beobachtet. Deswegen, ja. So. Was ist passiert? Als allerallererstes, ich war Karfreitag genauso wie letztes Jahr an der Nordschleife. Dieses Jahr war es allerdings so, dass ich mir überlegt habe. Ich mache immer so einen richtig schönen Papa-Sohn-Ausflug. Habe mir meinen Sohn geschnappt und bin zur Nordschleife gefahren. Zwei Jahre alt. Ganz viele gesagt, inklusive Eltern, Schwiegereltern und so weiter. Boah, das kannst du doch nicht machen mit dem kleinen vier Stunden da hinfahren. Ich sage so nein. Der fragt die ganze Zeit danach, Papa, Rennstrecke, wann geht es los? Da hätten mich vom Bilsterberg so ein Hulli bekommen. Da ist die Rennstrecke hier drauf. Und er läuft auch immer die ganze Zeit durch die Gegend und sagt, Papa, Rennstrecke, Papa, Rennstrecke. Jeder Vater kennt das. Und ich habe gesagt, komm, wir fahren zur Rennstrecke. Das wird cool. Wir buchen uns da einfach ein Hotel. Wir machen das ganz unverbindlich, ohne irgendeinen Zeitplan. Einfach hinfahren. Und ich sage euch auf dem Weg, haben wir bei Jean-Pierre noch angehalten, es war die beste Erscheinung. Es war wirklich emotional. Gab es wirklich hier und da mal Momente, wenn man alleine mit seinem Kind ist, wo man auf einmal wirklich merkt, boah, das ist kurz vor, also dass man selber eigentlich schon Tränen in den Augen stehen hat. Es ist einfach, ja, kann man so nicht erklären. Kann man nur als, also jeder Vater hier, der weiß das. Und dann auch noch, wenn man merkt, dass das eigene Kind genau die gleiche Leidenschaft wie ein selber hat, ist einfach 10 von 10 unbezahlbar. Ist wirklich, ja, wenn man da steht im Hotelzimmer und der Kleine sofort ruft, draußen Autos brumm, brumm, brumm und will ans Schaufenster, äh, an Schaufenster, will ans Fenster hinter die Gardine und die Autos sehen und so. Das ist einfach, da geht das Herz auf und, ja, einfach unbezahlbar. Neben Gesundheit im Leben definitiv, muss ich sagen, sind Kinder unbezahlbar. An der Stelle deswegen, ich wollte nur einmal an alle Väter draußen aufrufen. Auch, auch wenn die Frau zu Hause sagt, nein, du bleibst zu Hause. Ich kann euch nur sagen, macht mit euren Kindern das, wo ihr drauf ihr Bock habt. Die Kinder werden euch danken. Alleine, was halt wichtig ist, 100 Prozent Aufmerksamkeit bei dem Kind in dem Moment. So war ich an der Nordschleife. Es war galaktisch, es war galaktisch schlechtes Wetter. Es war galaktisch voll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es voller war als das Jahr davor. Polizei, muss ich wirklich sagen, hervorragend. Also an jeder Ecke stand Polizei, allein um den Verkehr zu regeln. Aber sowohl die Leute haben sich gefühlt besser benommen als letztes Jahr. Also ich habe wirklich gar keine Gummi-Gummi-Schilder oder sowas gesehen. Also gefühlt merken die Leute, wie wichtig es der Nordschleife ist, dass man sich dort benimmt. Und trotz des schlechten Wetter war wirklich einfach die Hölle los. Es war geil. Es war kurz davor, mit dem Kleinen noch eine Runde Nordschleife zu fahren. Aber ich bin in meinem Leben noch keine Runde Nordschleife selber gefahren. Und diesen Moment wollte ich mir auch definitiv aufheben. Plus, natürlich ist es nicht Sinn und Zweck der Sachen, mit einem Zweijährigen eine Runde Nordschleife zu fahren. Aber es war kurz davor. Also ich musste mich wirklich zusammenreißen. Aber ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen bin ich dann einfach rechts abgebogen in den Kreise und einfach gefahren. Ja, soviel zum Thema Kind. Und jetzt sind wir doch ein bisschen abgewichen vom Channel. Aber ja, ich denke, ihr seht, ihr wisst, wie sehr mein Herz dafür brennt und schlägt, auch diese Autoleidenschaft weiterzugeben an die nächste Generation. Und dafür sind solche Sachen einfach notwendig. Was haben wir gemacht diesen Monat? Wir waren natürlich relativ viel unterwegs. Auch unterwegs im High-Class-Segment. Ich fasse das jetzt wirklich einfach nur ganz kurz zusammen, weil die Monats-Updates sollen eigentlich eher für sowas sein, wie ich das Video angefangen habe und nicht für jetzt für eine komplette Wiederholung. Ganz kurz. Ich war bei der Firma HWA. Dort habe ich euch die ersten Schritte des Evos. HWA-Evo ist quasi auf Basis des E190 eine Neuinterpretation von HWA. Sündhaft teuer, 850.000 Euro. Gibt nur 100 Stück. Und die bauen dieses Auto neu auf. Also jeder, den das interessiert, kann gerne in dieses Video reinklicken. Lohnt sich. Ist erst der Anfang. Also wir sind so bei 5 Prozent von dem Auto, was ich zeigen konnte. Aber das wird gut. Dann Firma Polybauer. Wo wir auch wieder beim Thema sind. Ihr merkt ja schon an den Inhalten dieser Videos, dass das einfach alles Inhalte sind, die einfach, das ist wirklich High-Class, mehr geht nicht. Dass man das zeigen darf, ist schon wirklich Ehre genug. Auch das Vertrauen zu haben, seine Firma zu öffnen für einen YouTuber. Da gehört sehr viel Vertrauen dazu. Weil es ist ja in meiner Hand, was danach passiert. Egal ob es videotechnisch ist, kommentartechnisch und so weiter. Wie ich es darstelle. Nicht, dass es falsch dargestellt wird und und und. Deswegen, diese ganzen Möglichkeiten sind für mich wirklich eine riesengroße Ehre, die ich mir vor drei Jahren hätte niemals ausmalen können. Und deswegen muss man in solchen Momenten diese Möglichkeiten auch wahrnehmen und solche Videos bringen. Danach zur Firma Polybauer, gleich hier bei uns im Elke. Christian und ich machen immer, immer mehr zusammen. Sei es reifentechnisch, sei es vermessungstechnisch, Trackday-mäßig und so weiter. Wirklich ein Generationsbetrieb, der früher wirklich Polybauer in Sachen GfK an der Spitze war. War richtig tief sogar selbst zu DTM und Formel 1 Zeiten da schon aktiv. Und auch da war es für mich definitiv eine Ehre, euch diesen Betrieb mal vorzustellen, weil da halt wirklich noch Handarbeit ist. So, dann waren wir mal wieder in dem Nationalen Automuseum, der Low Collection. Dort eine neue Sonderausstellung, die Ferrari-Sonderausstellung. Ich sage euch, ja, nee, eigentlich brauche ich da nicht viel zu sagen. Fahrt einfach hin, guckt es euch an. Jeder, der Bock auf Ferraris hat, der kommt da definitiv nicht zu kurz, weil ihr seht die Big Five. Wie oft hat man die Möglichkeit, die Big Five live zu sehen. Dazu das Original-Formel-1-Auto von Schumacher, wo ich dann auch noch drin Platz nehmen durfte. Ich wurde förmlich gezwungen, drin Platz zu nehmen. Das war wirklich ein Moment, wo ich wirklich sagen muss, weil diese Generation, dieser F2004, war für mich einfach der Schumacher-Ferrari. Gefühlt habe ich damals auch jedes Rennen sonntags im Fernsehen geguckt. Und dann jetzt die Möglichkeit kriegen, in diesem Auto einmal live zu sitzen, das war schon wirklich, ja, das war schon wirklich sensationell. Also da bin ich wirklich dankbar und kann nur vollsten Dank zurückgeben. Weil diese Möglichkeit habe ich natürlich nur durch das, was wir in den letzten Jahren zusammen erreicht haben. Reichweite, Aufrufe, Bekanntheit und so weiter. Deswegen, ja, ne, einfach wirklich danke an der Stelle. Genau das gleiche Audi LMP. Die Technik dahinter, die Geschichte dahinter, wirklich für mich unbegreiflich, wie groß diese LMP-Sache damals war, wie heftig die Technik war. Dass Audi das auch wirklich alles jetzt rausgibt und zeigt, weil das ist ja schon teilweise eine Entwicklung für die Serie. Da sind wir im Video auch ein bisschen drauf eingegangen. Egal, ob es das Laserlicht, Kurvenlicht, Direkteinspritzung, da waren wirklich viele Sachen bei, die später in der Serie so gekommen sind. Dass jetzt ein Konzern wie Audi seine Türen öffnet, dass ich das zeigen darf, war auch wirklich für mich ein Highlight diesem Monat definitiv. Genauso die Firma Mechatronik. Da ist sogar noch ein Videoteil offen oder zwei, da haben wir noch gar nicht alle gezeigt. Auch ein Betrieb, einfach nur, ja, was soll ich sagen. Wir haben jetzt so viele hochwertige, teure Autos im Bereich von 1-2 Millionen Euro gesehen. Als Beispiel den CLK DTM GTR. CLK DTM GTR. CLK DTM so heißt er. Mercedes, da gab es wirklich nur 20 Coupés von. Gefühlt habe ich 10, 12 von diesen jemals gebauten Coupés gesehen. Die kosten zweistellige Millionenbeträge. Jetzt in kürzester Zeit, weil ich da so reingerutscht bin, dass ich diese Türen geöffnet habe. Und auch da die Sammlung von Mechatronik, die ihr schon teilweise gesehen habt, ich habe sie schon gesehen, ist wirklich. Also es ist einfach für mich bis heute unvorstellbar, wie solche Sammlungen zusammenkommen von solchen seltenen, verschiedenen Autos mit den Werten. Ja. Und last but not least, Firma GAD. Herzenssache für mich, weil wir beide aus genau der gleichen Szene kommen. Geradeaus Vollgas, Motoren kaputt machen, viel Leistung, Räder drehen, Antriebswellen reißen ab, halbe Meile Vollgas gib ihm. Auch geiles Video, weil GAD auch dort wirklich viel verraten hat, was man an diesen Fahrzeugen alles umbauen muss, damit die halt in diese Leistungsregionen kommen. Deswegen. Als allerletztes, Marius ist back. Mr. Kors Riebauer, wirklich an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank mal wieder für deine Arbeit an dem E36. Wir haben den E36 von Max einmal hierher geholt, damit wir bei mir hier unten in der Garage die Korsairarbeiten zu Ende machen können. Und da sind wir jetzt, ein Video kommt noch, sind wir jetzt soweit durch, dass das Auto nämlich dann wieder zu Schwan gehen kann, dass es dann KTL wird, dann zum Lacker geht und das Ganze dann weg geht. Ja, puh. Ja, jetzt habe ich glaube ich schon wieder viel gequatscht hier. Was kommt diesen Monat? Wie ich schon sagte, Thema Halle geht weiter. Ich will euch jetzt wirklich nicht mehr versprechen, ob es mit Limo, Abad oder wie auch immer weitergeht. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich muss jetzt natürlich das bisschen Freizeit, was ich habe, erstmal auch für Thema Halle entwickeln. Aber Abad fehlen definitiv noch Teile. Da wisst ihr ja, dass ich eine Lehre gebaut habe und die Italiener mir jetzt einen Krümmer bauen. Genauso hat sich dort eine Möglichkeit mit einer Trockensummenschmierung ergeben. Da kriegt ihr auf jeden Fall ein Video zu. Nicht aus Italien, sondern made in Germany. Und genauso gibt es da ja getriebeseitig ein Upgrade und das kommt natürlich aus Italien und das ist halt auch noch seit Monaten ein bisschen, wie soll ich sagen, in Verzug. Aber aktuell eh Prio 1 Halle. Das heißt, ich könnte da jetzt eh nicht so viel machen, deswegen ist das nicht so schlimm. Genauso Limo wartet noch auf Finalisierung des Kabelbaums. Das könnte ich natürlich hier unten gerade im Ladenverkauf machen. Aber wir sind jetzt an dem Step, wo ich fühle 20 Mal das Auto auf- und abbocken muss, anmachen muss, ausmachen muss, Gas geben, kalt werden lassen, warm werden lassen und so weiter. So dieses Break-In, die Inbetriebnahme. Und das ist natürlich in dem Ladenverkauf unten mit so einem lauten Auspuff. Es qualmt. Es ist natürlich hier und da mal was undicht, weil dann nimmt man die Front nochmal ab, dann nimmt man den Ölkühler nochmal ab, dann baut man hier nochmal eine Leitung. Ja. Ist in dem Fall leider so, dass ich diese Tätigkeit eigentlich genießen will und in einer Halle machen will, wie sich das gehört. Das heißt auf einer Hebebühne, dass jederzeit auch, falls mal was schief geht, es klappert, es stinkt, es vielleicht irgendwo mal anfängt zu qualmen, ich auch einfach auch besser reagieren kann als hier auf dem Boden im Ladenverkauf. Aber das sind die Perspektiven. Ich gucke mal, ob es irgendeine Veranstaltung gibt, die ich vergessen habe im April. Aber ich glaube, der April wird noch ein bisschen, ein bisschen ruhig. Aktuell habe ich hier noch drinstehen 20.4. Gare Collector Track Day auf dem Salzburger Ring. Das könnte wieder richtig gut werden. Bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan vom Salzburger Ring. Wir waren letztes Jahr beim Motor-Tag da. Die Strecke hat mich nicht so abgeholt. Plus die Fahrt dahin ist die absolute Vollhölle. Aber es war geil mal euch alle aus Süddeutschland und Österreich dort zu treffen. Deswegen mal gucken, was wir so am 20.4. organisieren können. Jetzt habe ich bei Instagram nochmal nach ein paar Fragen gefragt. Da würde ich vorschlagen, da gehen wir auf jeden Fall einmal kurz durch. Gleich die erste Frage. Also wir sind schon wieder eigentlich viel zu lang für dieses Video. Wir machen jetzt mal die Kurzfassung. Ich nehme jetzt einfach mal wirklich ein paar Knallerfragen hier und gehe die wirklich mal durch. Thema Limo. Nur wenn es interessant ist, weil habe ich euch ja schon gesagt, wie der aktuelle Stand da ist. Aber gleich sehr interessant. Erste Frage. Aktuelle Projekte mit Subi geplant. Ja, dort definitiv seit bestimmt einem halben Jahr schon Projekte geplant. Erstens Abadmotor finalisieren. Zweitens steht der BMW Motor aus für den E36. Drittens steht da ja bis heute der Lambo Motor aus. Diese drei Projekte sind die Projekte, die ich mit Andi gerne umsetzen würde. Und das werden wir natürlich auch tun. So. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall darauf freuen, dass wir da demnächst wieder am Start sind. Ich habe gesehen, der hat massiv nachgelegt wieder, was Maschinen angeht. Und alleine das will ich mir definitiv mal angucken und euch mal ein kleines Update geben. Weil nach wie vor vollsten Respekt davor, wie dieser Typ das da durchzieht mit den ganzen Maschinen. Weil man darf halt einfach nicht vergessen, eine Maschine verdient kein Geld beim Stehen. Die muss immer laufen, sonst kostet sie Geld. Und das heißt, mit so einer Maschine holt man sich halt auch wirklich viel Verantwortung ins Haus. Weil, naja, man braucht halt immer Arbeit dafür. Arbeit habe ich aber genug, die werde ich dir bringen Andi. Was mit dem Strich 8 passiert? Strich 8, bin ich ganz ehrlich zu euch, das ist genauso wie mein Golf 1. Das sind Autos, die lohnen sich wirklich nur deswegen fertig zu machen, weil es meine alten Autos sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wirtschaftlich gesehen ist es sonst bei beiden Autos wirklich Quatsch. Ihr wisst, ich kann ein Auto nicht schlecht aufbauen. Das werde ich auch, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr hinkriegen. Das heißt, wenn, dann macht man es richtig. Das heißt, richtig soll nicht überheblich klingen, aber richtig heißt für mich, man baut dort nicht eine 3 minus, sondern man baut halt schon eine 2 plus. Natürlich muss nicht alles neu verkromt werden. Man kann auch das eine oder andere alte Teil einfach nur aufpolieren und so wieder verbauen und vielleicht von der Innenseite einfach nur Pulverbeschichten lackieren, wie auch immer. Aber egal, was ihr macht, das gleiche Geld geht in den Strich 8 definitiv einfach rein. Das heißt, mit ein bisschen Innenraum, mit Verchromen, mit Motorüberholen, mit Pulvern, Lackieren, dies, das, jenes, gehen in so einen Strich 8 definitiv. Und jetzt viele von euch werden sagen, Alter, wie kommst du auf diese Zahl? Das schafft man ja niemals. Ich sage jetzt mal 20, 25.000 Euro rein in so eine Vollrestauration, mit viel selber machen. Wenn ihr jetzt mobile aufmacht, gibt es für 20, 30.000 Euro unrestaurierte, wirklich gute Strich 8, die dann auch noch den besseren Motor drin haben und so weiter. Das heißt, für dieses Auto fehlt mir einfach die Perspektive, bin ich ganz ehrlich. Natürlich hatte ich immer Bock auf einen Strich 8 mit Luftfahrwerk und so weiter, aber die Menge an Autos, die ich in meinem Leben ja noch bauen kann, ist ja auch begrenzt. Das heißt, das ist so ein typisches Auto, keine Ahnung, vielleicht wenn meine Kinder irgendwann mal so weit sind, dass die auch erste Autos bauen wollen und mal so ein bisschen reinkommen in diese Thematik, da wäre ein Strich 8 zum Beispiel perfekt für. So habe ich zum Beispiel auch angefangen. Aber als Restaurationsobjekt, muss man ganz ehrlich sagen, macht es natürlich wirtschaftlich gesehen zehnmal mehr Sinn, eine Pagode fertig zu machen, einen Porsche 356, einen 107er, irgendwie sowas in der Richtung, weil einfach die Wertstabilität am Ende deutlich, deutlich höher ist. Oder man geht in eine ganz andere Richtung und macht halt aus so einem Strich 8er ein Spinnerprojekt, wie ich es halt ursprünglich auch vorhatte. Das heißt, Supramotor rein und gib ihm. Aber da sind wir ja aktuell... Ne, da habe ich zu viele Baustellen für, da bin ich ganz ehrlich. Und ich möchte nicht noch weitere Projekte anfangen, die die Jahre brauchen. Deswegen verkaufen tue ich nichts. Es läuft auch nichts weg. Das wird auch irgendwann irgendwie irgendwo wird da mal was passieren. Vielleicht machen wir mal so ein Community-Projekt draus oder eine Challenge irgendwie. Keine Ahnung, schlag den Kess übertrieben gesagt. Linke Seite ihr, rechte Seite ich und Marius. Ein bisschen schweißen, lackieren, wie auch immer. Keine Ahnung. Irgendwas wird uns da noch schon vereinfallen, aber aktuell definitiv. Aktuell nicht. Wahnsinnig viele Fragen. Wie ist der aktuelle Stand der Limo? Wann geht es weiter beim Lamborghini Motor? Nochmal Strich 8. Einzelnen Standbeine meinerseits. Wie ich mein Geld verdiene, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ich mache euch hier nochmal einmal die Infokarte von dem Jean-Pierre-Video bei der Firma Alus hier. In Langenhagen rein. Hatte ich am Anfang gesagt, fällt mir schwer, mich selber darzustellen. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Ende ein bisschen selbstdarstellerisch drüber kommt. Deswegen finde ich das cooler, wenn das Personen machen, die auch genau sowas richtig gut können. Wie eine Jean-Pierre. Deswegen bin ich eher dankbar dafür, dass ich die Möglichkeiten bekomme, dass fremde Leute das vorstellen, so wie ich es auch für fremde Leute mache. Da wird aber auf jeden Fall spätestens jetzt, wenn wir mit Thema Halle weiter sind, deswegen habe ich das auch die ganze Zeit zurückgehalten. Wenn wir mit Thema Halle weiter sind, geht es auch wieder mit Thema Ladenverkauf weiter. Und dann gibt es auch zu diesem ganzen Business von mir drumherum auf jeden Fall auch mal wieder ein paar frische Infos. Hat sich jetzt aber im letzten Jahr noch nicht so viel getan, dass da jetzt irgendwie, dass ihr jetzt hier irgendwie das 15. Weltwunder erwarten müsst. Ganz viel bezüglich Halle. Wie ist der Stand betreffend der neuen Halle? Gibt es Neuigkeiten über die Halle? Da auch interessant. Deine Meinung zum DSG beim Anhängerziehen und im Offroad habe ich eine ganz klare Meinung. Und zwar mein Bus, PK4, Allzweckwaffe, DQ500 drin. Nur einmal kaputt gegangen, weil ich zu blöd war, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das DQ500 abgeschleppt, was man einfach nicht darf, ohne laufenden Motor. Das Getriebe, was jetzt aber wieder drin ist, hat auch schon wieder 300.000 Kilometer runter. Und ich sage euch, ihr kennt die Videos, ihr kennt die Bilder. Ich fahre dieses Auto auch mit Doppeltrailer. Das heißt, mein Bus hat eine Anhängerlast von 2800 Kilo. Die nutze ich voll aus. Auch rückwärts, berghoch irgendwo was reinschieben, wie auch immer. Wir haben damit selbst schon mal an der einen oder anderen Stelle mal ein paar Betonblöcke weggezogen, die im Weg waren. Ich kann nur sagen, DSG in meinen Augen sogar zum Anhängerziehen mehr geeignet als normale Kupplung, weil beim DSG läuft die Kupplung im Ölbad. Das heißt, sowohl Dreck als auch Temperatur kann natürlich deutlich besser abgetragen werden, wie bei einer manuellen Kupplung. Weil, jetzt kommt auch noch dazu, ein wirklich perfekter Fahrer, der wird das schaffen, eine manuelle Kupplung nicht zu überbelasten. So, das heißt als Beispiel, es kommt jetzt der Moment. Anhänger rückwärts fahren, vielleicht läuft er mal ein bisschen gegen die Auflaufbremse. Jetzt habt ihr die Wahl mit manuellem Getriebe. Was mache ich? Ein bisschen mehr Drehzahl und die Kupplung ein bisschen schleifen lassen. Ein bisschen weniger Drehzahl und einfach die Kupplung abrupt kommen lassen. Ich weiß selber nicht, was in dem Fall wirklich die Lösung für eine Trockenkupplung ist, weil mechanisches Getriebe ist eine trockene Kupplung. Das heißt, die kann halt schon relativ schnell zu heiß werden und dann ist halt Feierabend, was beim DSG nicht der Fall ist. Alleine, weil es Überwachung gibt. Und deswegen bin ich der Meinung, definitiv DSG, Anhänger, top. Genauso natürlich jedes Wandlergetriebe, da ist es ähnlich. Der Wandler läuft ja auch im Ölbad. Das heißt, die Flächen da drin schleifen sich auch ein, wobei ein Wandler hat eigentlich keine Flächen, die sich einschleifen. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Technikon. Warte mal, das schreibe ich direkt mal auf W wie Wandler. Das ist gut. Wandlergetriebe ist dafür natürlich genauso geeignet. Kurzes Update zum Lambo, sagte ich ja schon, wirklich rein gar nichts passiert. Wird sich in der neuen Halle auch ändern, weil das Auto nämlich dann endlich mal aus dem Ladenverkauf kommt und halt auch auf eine Bühne kommt. Das heißt, ich werde da natürlich schon in den nächsten Wochen, immer wenn mal Langeweile ist, ein bisschen Achsen anbauen, Tank einbauen und so weiter. Und mal gucken, was dann so passiert. Wird noch an dem kleinen Verbrenner weitergemacht. Ich habe gerade, der eine oder andere hat es auch bemerkt, meine Garage hier aufgeräumt für das E36 Video. So sauber war die noch nie. Dabei habe ich alles von dem Verbrenner in eine Kiste gepackt. Der lag wirklich jetzt, ich würde sagen, gefühlt seit zwei Jahren da auf dem Tisch. Ist auch wieder so eine typische Sache. Ja, definitiv. Spätestens, wenn mein kleiner so weit ist, dass er ferngesteuertes Auto fahren kann, wird definitiv dieses Fachzeug auf der Straße wieder rollen. Dann gibt es da auch Content zu. Genauso steht ja immer noch aus, dass wir mit Marius Flugzeugen mal eine Runde fliegen. Marius ist ja hobbymäßig in seinem Keller, baut der so große Flieger. Also kann auch so richtig Kunst fliegen. Also gerade stehend in der Halle sich drehen und so weiter. Da wollen wir auf jeden Fall, wenn das Wetter hält, besser als auch mal was machen, dass ich mal mit zum Flugplatz komme. Wann fährst du die erste Runde auf der Nordschleife? Für mich wirklich eines der größten Ziele dieses Jahr, vielleicht kann ich euch ja mal kurz meine Ziele dieses Jahr nennen, das ist definitiv Ziel Nummer eins, dass Limo fertig ist. Definitiv. Also was jetzt die Projekte angeht. Aller, aller, aller größtes Ziel ist, dass ich eine Halle habe zum Schrauben. Zweites Ziel ist anschließend, dass Limo fährt. Drittes Ziel ist, dass ich ein Fahrzeug für die Nordschleife habe. Dass ich definitiv jetzt endlich mal diese Strecke lerne. Dass ich diese Strecke genauso wie den Bilzer Berg, Oschersleben, wie auch immer, in- und auswendig kann und auch auf dieser Strecke mit einer gewissen Sicherheit unterwegs bin für die Zukunft. Das steht für dieses Jahr definitiv auch an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt das ein oder andere Mal zum Beispiel auf dem Weg zur Nordschleife wieder eine Kolonne von ein paar Sportwagen neben mir gehabt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kam dann doch wieder der Reiz durch, dass ich ja auch so ein Gallardo da unten stehen habe, seit Jahren zerlegt. Ja, der muss eigentlich auch mal wieder irgendwie auf die Straße zurück, bin ich ganz ehrlich. So, also bevor ich irgendwas nochmal anderes, Neues, wie auch immer anfangen würde, sind die drei Punkte definitiv die Sachen, die für mich am wichtigsten ist. Wie sieht die Lage im Thema Ladenverkauf und Freitagstreffen aus? Boah, Leute, positiv. So viele wollen wieder einen Fast-Friday-Freitagabends-Barlos haben, ne? Wirklich krank. Also, wer als erstes darauf lauert, ist Tom. Tom Herz schlägt auch für diesen Ladenverkauf und die Freitagabende. Meiner persönlich auch. Ich persönlich fand den Ladenverkauf sogar für die Freitagabende. Für die Leute, die neu dabei sind, wir haben immer den ersten Freitagabend im Ladenverkauf offen gehabt, bis 24 Uhr. Für mich persönlich war es auch immer das Monats-Highlight. Es war klar, der erste Freitag im Monat, da gibt es kein Kino, kein Essen gehen, keine Einladung, weil es ist angesagt Fast-Friday-Barlos. Und das brauchen wir einfach wieder. Bin ich vollkommen bei euch. Das muss wieder her. Wann kommt mal was für YouTube-Kanalmitglieder? Ja. Der eine oder andere weiß es wahrscheinlich gar nicht, aber es gibt die Möglichkeit, auch bei mir Kanalmitglied zu sein für 4,90 Euro im Monat, 4,99 Euro im Monat. Dann steht, je nachdem wie lange ihr dabei seid, rechts neben dem Namen ein Symbol. Dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich mir für diese Leute als Dank für diese Zugabe, für dieses Geld monatlich, weil es ist halt einfach ein monatlicher Beitrag, der natürlich erstmal zu YouTube geht, also diese 4,90 Euro kommt nicht komplett bei mir an. Wenn dort jemand mal eine geile technische Frage hat als Kanalmitglied, gehe ich da schon immer sofort drauf ein und schreibe einen schönen Text zurück. Aber ich habe immer versprochen, wir wollen da mal eine kleine Veranstaltung für machen. Und da hätte ich jetzt auch eine ganz coole Idee. Und zwar habe ich, als ich neulich eine Runde mit dem Oma Golf gefahren bin, habe ich einfach wieder festgestellt, dieses Fahrzeug ist für mich einfach perfekt, wie es da steht. Ich habe kurzzeitig den Gedankengang gehabt, ob man den vielleicht auf Allrad baut. Das ist aber eigentlich Quatsch, weil das Auto lebt von diesem Frontantrieb. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich eine Verlosung gemacht habe. Drei von euch dürfen mal auf dem Flugplatz mit mir eine Runde Oma Golf fahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das für Kanalmitglieder bekannt gebe, wann wie wo das sein wird. Und jeder, der als Kanalmitglied Bock hat, kann einfach hinkommen und zugucken. ZB. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Gerne. Ihr seht jetzt ja gleich, wer Kanalmitglied ist. Gerne können die Kanalmitglieder auch mal was vorschlagen. Und ich gehe dann auch wieder natürlich darauf ein, wie wo was man machen könnte. Aber ist wirklich krank, was hier... Oh, eine interessante Frage. Was macht Kimi beruflich? Kimi, meine Frau. Die ist tatsächlich im Krankenhauswesen unterwegs. In dem Fall beim Kinderkrankenhaus bei uns in Hannover. Allerdings nicht aus medizinischer Sicht. Also sie ist kein Arzt, sondern sie ist eher auf der Verwaltungsseite. Gibt es wieder eine Aftershow-Party auf dem PSDS? Ja, ihr könnt euch schon mal vormerken. Es gibt genau die gleiche Party wie letztes Jahr wieder an dem Samstagabend. Wir können wieder gemeinsam rüber in den Funpark gehen. Das wird richtig gut. Wann kommt denn was Neues von Marius? Ihr habt gesehen, E36 war er schon wieder am Start. Das heißt, he is back. Haus ist fertig. Hat eine gesunde Familie. Wunderschöne Familie. Und jetzt ist er wieder motiviert und hat auch wieder Bock an dem Golf weiterzumachen. Das heißt, die große Teile-Orga geht wieder los. Das Ding kriegt nämlich definitiv erstmal überhaupt wieder einen heilen Motor. Da sind wir auch wieder beim Thema Subi-Performance, fällt mir rein. Das heißt, wir müssen den V06 bauen. Und Thema Turbolader wird da bestimmt auch nochmal ein Thema. Weil Marius träumt eigentlich nach wie vor von so einem Big Banger. Und da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal bei. Letzte Frage. Sonst geht das jetzt nicht so unendlicher. Aber es sind wirklich gute Fragen bei. Ich habe jetzt wieder gelernt, wir machen das doch öfter mal wieder über Instagram. Und ich lese die selber vor, weil wir so einfach am flexibelsten sind. Soll die neue Halle mit Kameras ausgestattet werden, um streamen zu können? Nach wie vor ist die Thematik, mich beim Schrauben live zu sehen, für mich wirklich wichtig. Weil ganz viele von euch denken immer noch, Variante 1, ich schraube gar nicht. Variante 2, ich kann nicht schrauben. Variante 3 ist, eigentlich kommt die NASA vorbei und die baut die Autos. Das ist halt wirklich Quatsch. Also wenn ihr wirklich mal live sehen würdet, mit welchen Mitteln wir teilweise am Schrauben sind. Weil natürlich haben wir auch ein richtig gutes Schweißgerät. Aber es kommt auch mal vor, dass wir mit dem Hammer irgendwas dengeln, der eingeschnauseneinander fliegt. So. Also wir kochen definitiv zu 100% nur mit Wasser. Kochen aber bestmöglich und halt mit bestem Gewissen. Und das würde ich euch natürlich gerne zeigen, auch in Details. Und auch ohne, dass es Aufwand für mich ist. Weil bin ich ganz ehrlich, wenn dieses Setup erstmal läuft, drücke ich auf den Knopf. Und ich habe keine Ahnung, eine Insta360 hier irgendwo, die in dem Moment live streamt über ein Tool. Und ihr könnt das sehen. Thimalerweise würde man irgendwie was hinkriegen, dass man vielleicht so Kameras durchswitchen kann. Dass ihr selber wählen könnt, ob ihr von hier guckt oder von da guckt oder von da guckt. Das wäre so mein Traum im Kopf. Da werde ich aber auf jeden Fall, sobald alles mit Halle steht, nochmal angreifen. Und das ist für dieses Jahr definitiv auch ein Ziel. Haben wir wieder ein bisschen was zusammen. Ist wieder ein längeres Video geworden. Bitte entschuldigt meine Worte am Anfang. Falls die hier und da ein bisschen zu aggressiv waren. Ihr wisst, ich tue das alles aus Leidenschaft. Auch diese ganze YouTube Sache. Wir werden da gemeinsam weiter einen Weg finden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich, dass ihr weiterhin so aktiv und mit am Ball seid. Und so zahlreich einschaltet. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Ostern gehabt. Kommt gut in den April. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und raus. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.